Meine Damen und Herren, wir sind sehr glücklich, dass die Veranstaltung hier stattfindet. Ich darf Sie im Namen des Präsidenten der Hochschule, Professor Hieberich, herzlich willkommen heißen, aber auch in meiner Eigenschaft hier als Professor und Leiter des Center for European Studies. Wir sind das einzige interdisziplinäre Zentrum, das sich mit Europa-Fragen hier in Frankfurt auseinandersetzt. Und deswegen bin ich besonders froh, was auch immer wir über Europa an dieser Hochschule machen können. Wir arbeiten auch mit Vice of Europe gerne zusammen, dass wir das Thema in die Diskussion tragen. Ich würde gerne ein paar andere Akzente setzen, als eben gehört. Ich glaube, dass um eine ernsthafte Therapie zu entwickeln, man auch eine Diagnose stellen muss. Und die Diagnose über die Europäische Union ist nach meiner Überzeugung substanziell problematisch in Norden. Und Sie werden natürlich fragen, warum diese Aussage, weil meine Überzeugung ist, dass die Herzkammer der Europäischen Union ihr Anspruch auf Demokratie und Menschen besteht. Und man müsste, und man muss deutlich differenzieren, wenn wir über die Europäische Union sprechen, einmal über das, was die Europäische Union in ihren Institutionen selbst darstellt, aber eine dieser Institutionen und eine tragende Säule davon sind die Mitgliedsländer, die Staaten, die innerhalb der Europäischen Union das letzte Wort auch haben. Und wir befinden uns nach der Generalprobe mit Heider in der FDP in Österreich, mittlerweile in einer Alltäglichkeit von Nationen innerhalb der Europäischen Union, in denen das Demokratieprinzip und die Frage der Menschenrechte in ihren eigenen Ländern mit Füßen getreten werden. Wir hatten die Phase, wo wir über Ungarn und Polen gesprochen haben. Dort gab es neben der Frage von Menschenrechtsverletzungen im Sinne auch der Sprache, des Handelns, der führenden Personen, zusätzlich aber eine Situation, die jetzt auch nicht mehr weich zu reden ist, nämlich die Aufführung des Rechtsstaates. Und zum Demokratieprinzip gehört die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Wir erleben mittlerweile auch in Ländern wie Österreich und Italien, dass Fragen von vertraglicher Qualität, das ist die Frage des Euros, nicht mehr respektiert werden. Das heißt, dass das eine sehr wesentliche Veränderung ist, wenn die Mitgliedstaaten selbst in ihren Staaten an den Säulen der EU-Charta säbeln und dann gleichzeitig in der Institution sich wiederfinden, die bisher sich dagegen wehrt. Das ist der optimistische Teil der Aussage. Es ist dank der Europäischen Union, dass überhaupt Sanktionsfragen, Debattenfragen in die Gesellschaft wieder zurückgespiegelt wird und man nicht das Gefühl hat, man sei immer in Polen lebt oder in anderen Ländern, diesen Fragen ausgelangt wird. Die wichtigste und immer noch für mich täglich bestätigte Notwendigkeit der Europäischen Union ist, dass noch immer jetzt 28 Staaten seit Jahren, Jahrzehnten in der Lage waren, alle Konflikte, übrigens auch die, die wir hier momentan diskutieren, in nächtelangen, seien sie noch so ritualbesessenen Abende so auszudiskutieren, dass deswegen nie ein Schuss gemacht wird. Wenn man das als Europäer diskutiert, dann ist einem vielleicht diese Aussage noch deutlich als anders geworden. Alle die Streitigkeiten, die es gibt, auch substanzielle Konflikte, sind dank der Idee Europäische Union so geredet worden, dass es nicht zu wirklichen Gewaltkonflikten innerhalb der Mitglieder gekommen ist. Aber ich will das sehr betonen, weil wir sowieso in einer Zeit sind, wo auch gerade ein Mitgliedstaat in Ungarn solche Begriffe wie illiberale Demokratie einführt. Ich will schon sehr betonen, dass auch wenn wir über die Europäische Union sprechen, wir letztendlich über Demokratie und ihre Standards sprechen. Und wir kämpfen darum, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, wissen, dass es mittlerweile mehr als wenige gibt, die der Meinung sind, für andere Menschen, für einige Menschen, ist die Würde des Menschen anders. Wir setzen uns über Fragen auseinander, wo der Theaterschriftsteller George Tabori mit dem Satz, jeder ist jemand, mittlerweile auch auf Regierungsebene Repräsentanten haben, Ministerpräsidenten, die sagen, einige sind niemand. Und viele sagen, niemand ist niemand, aber das ist nicht dieselbe Aussage wie jeder ist jemand. Mit anderen Worten, wir verhandeln nicht nur Budgets, wir verhandeln nicht nur die Frage von diesen Demokratiedetails, sondern wir verhandeln die Interpretation, ob überhaupt und sei es ja, des Begriffes, der Würde jeden Menschen ist sie unantastbar ist. Der Mensch ist ein Subjekt und kein Objekt und alle sind gleiche Subjekte. Und das mag ja für viele, die in diesem Raum sind, erarbeitet sein. Aber nun sind Demokratien dynamische Prozesse und nicht statisch. Gesellschaften sind dynamisch und nicht statisch. Und vielleicht haben wir zu lange nicht verhandelt. Die, die momentan lauter verhandeln und in Teilen sogar machtvoll verhandeln können, sind der Meinung, dass es anders sein sollte. Was wäre die Antwort für die Europäische Union? Sie werden darüber heute Abend und morgen lange diskutieren. Ich glaube jedenfalls, dass es immer ein Meer sein muss. Es ist eine mitreißende Idee. Und ich glaube, dass es nie eine zweite Idee geben kann und geben wird in einem Kontinent, der so blutig ist, die Europa. Zwei Weltkriege, 30-jähriger Krieg, die Shoah. Und wo man dann an einem heutigen Tag auch erinnern muss, wenn man den Begriff Europa in den Mund nimmt, dass viele Länder und Millionen Menschen in Europa überhaupt noch nicht wissen, wie man frei und demokratisch leben kann. Und dass der Begriff, wenn wir immer über Europa reden, so tut, als ob der ganze Kontinent frei sei und demokratisch sei. Das ist nicht der Fall. Aber die Idee, sie weiterzutragen und sie zu vertiefen, also Kooperation statt Konfrontation, inkludieren statt exkludieren, das wird die Verhandlung der nächsten wenigen Jahre sein. Und ich bin sehr froh, wenn es Menschen gibt, die erstens darüber reden, nachdenken und den Weg gehen wollen, sich vorzustellen, dass die Nation etwas ist, was egal wie man je zu ihr stand, jedenfalls nicht mal ins 21. Jahrhundert passt. Und dass die EU die erste Überlegung einer supranationalen Institution ist, die hier je gedacht wurde. Und sie ist jung. Und sie kämpft gegen vieles, was nicht so jung ist. Aber die Entscheidung ist momentan sehr offen. Ich freue mich, dass wir darüber reden werden. Ich freue mich zuzuhören. Ich wünsche Ihnen hier einen sehr konstruktiven Abend. Hochschulen sind geschützte Räume. So gesehen hoffe ich, dass wir auch das nutzen und miteinander auch konfrontativ und klar reden. Aber wenn wir bei der größten Streitsituation uns daran erinnern, dass wir die Bürde des Anderen, mit anderen Worten, das Respekt vor dem Anderen bewahren, dann ist streitig diskutieren ein großes Vergnügen. Ich danke.